Ja, ich bin Konrad Tribbel, ich bin der US-General-Konzert in Bayern und auch wir benutzen Social Media. Wir benutzen diese Smartphones und Geräte, weil die Diplomatie einfach sich sehr verändert hat. Hillary Clinton spricht immer davon, dass das Internet unheimlich viele neue Möglichkeiten bietet. Das stimmt, das Internet ist auch ein Thema an sich, ein politisches Thema. Wir müssen uns jetzt mit Themen Internetfreiheit, Datenschutz usw. als außenpolitische Themen befassen. Aber das Internet bietet auch natürlich unheimlich viele Möglichkeiten für neue Kommunikationen. Ich würde am liebsten jeden einzelnen Bayer persönlich kennenlernen. Das kann ich nicht mehr, das kann ich nicht, das kann kein Diplomat. Also müssen wir uns ein bisschen auf die Online-Werkzeuge verlassen. Ich besuche immer wieder Schulen und Universitäten. Ich kann da immer sagen, hey, wenn ihr noch Fragen habt, dann posten die uns bei uns auf Facebook. Ich gehe da rein oder auf Twitter, ich gehe da rein und beantworte das. Und das tue ich auch abends spät, immer wieder Gedankenaustausch mit meinen Twitter-Followers oder Facebook-Freunden. Aber das macht auch das Konsulat. Und ich lade natürlich alle euch ein, auch Freunde von uns in Facebook, US-Consulate Munich oder auf Twitter, Cons Munich zu werden. Und ich persönlich mag das FC Bayern-Spiel mal anzugucken und dann auf Twitter das online zu verfolgen. Champions-League-Spiel mit Kommentaren von allen möglichen Leuten. Das ist immer wieder schön und das steigert irgendwie die Stimmung und die Freude am Gucken. Aber das ist natürlich auch ein, da kann man auch für ernsthaftere Themen wie Außenpolitik. Wobei der FC Bayern schon ein sehr ernsthaftes Thema bei uns ist, nicht? Also, das US-Konsulat ist in Facebook, US-Consulate Munich. Wir sind auf Twitter, Cons Munich. Ich bin natürlich selber persönlich auf Twitter, ganz einfach meinen Namen. Und wir hoffen euch da online zu sehen. Ich bin ja, das ist ein bisschen drauf. Kundcü ist ein bisschen하 Ich bin ja, das ist ein bisschen了. Vielen Dank.